Hallo wieder mal! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf eine neue Runde mit deinem Lieblingspfesel in unserem Spielgebiet. Gerade erst die erste Runde hinter uns. Wir spielen jetzt übrigens in Europa, also auf dem europäischen Server. Das Laden war gleich um andige schneller. Die Steuerung funktioniert da jetzt ein flüssiger. Anscheinend hat es echt einfach nur am Pin gelegen. Mal schauen, wie wirkt sich das so aus. Okay. Das ist die SKS. Was hattest du? Was hattest du? Okay, pass. Wollen wir schauen, bis das funktioniert. 100 Lads. Vielleicht geht's los. Ist das laut? Wir gehen runter, wir gehen runter. So. 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 Ah, das macht mich wirklich großartig. So. 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 Das sieht schon aus dem Gebäude aus, ich war wirklich hinter den Keller gesprungen. Und dann lassen wir da gerade Blut hier. Schön herumdrehen. Mal kurz schauen, gibt es noch jemanden bei uns in der Nähe? Da drüben jemand. Der stürzt da drüben ab. Da drüben stürzt noch jemand ab. Also ich denke, die zwei Gebäude kennen uns. Das ist ganz gut. Da links ist schon so eine zusammengeschossene Hütte. Na komm, schön gemütlich. Ja, volle Energie. Wir haben den ersten Absprung überstanden. Unbeschadet meine ich. Den ersten Absprung unbeschadet überstanden. Da ist nichts, 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 nichts. Jawohl. Ein Lager. Ich habe ja auch das erworfen. Entschuldigung. Vierfurchsucher. Schnellwechselmedizin. Medizin. Maga... Hier Deutsch einfügen. Ein Schnellwechselmagazin. Und nichts. Brennt der Ressensäuber. Gibt's da was am Klo? Ein Waschbecken. Hey, man erkennt uns im Spiegel. Irgendwie. Hey, komm. Echt zuppig. Ähm, verlofen. Ich find's aber gut, dass wir generell nicht der sind, der als erster stirbt. Ja, das ist ja schon mal was. Ich mag Schrotflecken. Die repräsentieren meine Fähigkeit mit den Zwüllen. Verdammt. Aber okay. Kanaden brauche ich eh nicht unbedingt. Nur mit Kaliber 12. Was ist da? Eine Weste. Was ist da? Ein Schalldämpfer. Was ist da? Ein Schalldämpfer für die MP. Da ist natürlich nichts. Hätte er vielleicht so sehen können. Dann gibt's eh nur mehr Anraum und weiter. Ein Windungsfeuerdämpfer. Ein Schiedring. Brauchtkanaden brauche ich nicht unbedingt. Also drin ist egal. Kein Interessen sogar. Ähm. Warte mal. Da oben ist glaube ich gerade weg gewesen. Das ist glaube ich gerade so vollkommen, dass wir hier oben wegen gesehen. Man weiß ja nie. Kurz kurz. Wohin muss ich denn? Wir sind ganz gut drinnen. Ich würde aber draußen nur sagen, wir gehen da in die Richtung. Wir sind wieder mal top ausgerüstet, gell? Ja. 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 Ich bin ja so ein Anfänger in solchen Spielen, das muss man echt sagen. Was, die nehmen wir doch. Die kennen ich schon. Da können wir doch gleich mal. Nein, das nicht. MP, Schnellwechselmagazin. Schalldämpfer, Schalldämpfer. Und da ein Norrkampf ist. Also extremer Norrkampf. Das ist ja von Munition, da ist irgendwo... Oh, das nehmen wir. Energy drink nehmen wir auf jeden Fall. Das noch. Ich weiß, was mit Dab war, das ist wahrscheinlich schneller gegangen. Viel schneller. Schalldämpfer, schalldämpfer, schalldämpfer. Wo ist denn jetzt der Choke hin? Da ist er. Reduziert die Ausbreitung der Streukugeln. Ja, okay. Was, dann weiß ich wenigstens, wo es der Dab ist. Ah. Ja, okay. Eigentlich sogar bei Mitteln auch sehr angenehme Grafik. Frames reichen, oder? Nettes Stopp. Schöne Weitsicht. Obwohl, die Weitsicht könnte eigentlich nicht so weit dran. So, ich meine da... Äh... Liegt da irgendwas auf unserem Weg. Irgendwie nett, gell. Ich versuch mir Glück und geh mal da in die kleine Hütten rein. Wir sind halt noch ein Bambi. Das darf man nicht vergessen. Schöne Kirche. Ah, ja, super. Probieren wir mit Glück und rennen doch weg. Okay, einer ist abgestürzt. Finde ich gut. Ihr wollt einfach mal springern. Entschuldigung. So alleinig? Guckt man sich doch ziemlich alleinig vor. Ich denke, ich brauche hier aber nicht so stressen. Bei dem Irgendwie gibt es noch Hoffnung weggegeben. Ui! Ist doch recht laut. Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich normal, oder? Ich glaube, die Entfernung ist hier auf jeden Fall besser, als unsere doppelläufige Schrotfläche. Okay, einfach mal da draußen. Ja, komm, vom Ahnfeld ins andere, oder was? Okay, da draußen liegt nichts. Da war auch schon jemand drin. Herrlich. Herrlich. Ich warte jetzt einfach mal. Wir müssen ja nichts stressen. Und unser Gebiet haben wir eh schon fast erreicht. Ähm... Irgendein weiterer Dorf, ey. Pochinki. School. Prison. Shelter. Shelter sind die Bunker. Hm. Hinterbauer. Ja, ja. Oh, da liegt ja was. Über das Köcher. Das war ein Neutron. Boah, Alter, wir haben genau einen Helm auf. Ja, okay, Unterschutzwissen. Wir haben das erste Mal im Bombengebiet überlebt. Leute, gratuliert mir. Fühlwärter kombiniert. Du bist ein Baum. Da ist das Gebüsch. Also ein bisschen weiter links hoch. Freies Feld ist dumm. Unglaublich dumm. Gerade auslaufen ist unglaublich dumm. Ich hab' gut, dass er das schießen wird. Ich hab' nur gedacht, dass er für mich ist. Ist immer so bei der Farm, gell. Die rennen hier komplett falsch. So. Überhaupt nicht gedarnt. Aber ich schau' mal, wo die Zone ist. Und dann plane ich weiter. Ich komm' mir so sichtbar vor. Passt. Wir sind aber anscheinend noch in der Zone. Das finde ich gut. Dann rennen wir Dockrot aus. Zum roten Dock. Und dann weiter zu unserem Plan. Vielleicht ein Rucksack wäre nicht schlecht. Vielleicht ein Maschinengewehr wäre nicht schlecht. Obwohl ich eher für einen Schuss bin. Oder vielleicht für Salben. Gibt's auch Waffen mit 3 Schusssalbe. Eigentlich so ein M16, oder? Dahinten ist der Türofen. Oben ist die Türe zu. Schuss. Da wird nichts überprüfen. Was ist übrig los? Nur Müll Nur Müll Kann weiter zum Zahn Oh, ein Kerber geht I care Paket Da muss ein Gebäude Das sieht da oben jemanden Das könnte aber an meiner Grafikeinstellung sein Zwischendurch hat es einen komischen Blooming-Effekt Obwohl es ausgeschalten ist Zwischendurch Schaut so aus, als müsste er es noch mal in der Nähe rendern Da ist die Türe zu Da ist die Tür offen auf jeden Fall ist da einer rausgekommen also irgendeinen Schrott übrig lassen für mich da hinten die Tür ist offen die haben da glutet und sind abgekaut die haben der hat da glutet und hat die sind abgekaut nur Klamotten und Sprit uh meins was nehme Kugelschlaufer ok viel Karts brauche ich aber nicht erst einmal ab ich will da den Lager das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das haben wir doch mal drauf Schalldämpfer why not das wäre natürlich Munition auch nicht schlecht gut feuerrate leistung effektive Reichweite alles ok und ich habe sogar Munition die ist die gleiche Munition wie die Pistolen wow für für sniper Gewehr das brauchen wir alles nicht passt das war jetzt doch gar nicht mehr so dumm ähm ok doch feuerstoß auto wir schalten die auf feuerstoß was schalldämpfer wo wir da rotpunkt 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 da dankeschön nein das wollte ich nicht ja das macht sich doch schon gelohnt und merkt mal gleich wo wir weiter messen das war recht nahe also ich werde sicher nicht ins End gegen kommen da habe ich schon das überlesen laufen muss und ich werde sicher nicht ins End gegen kommen Ähm... Ah, ok, mit Falk und Yasuo, ok. Irgendwann hat er noch geschossen, gell? Das war jetzt auf jeden Fall sehr laut. Es sind noch dreist Gleit am Leben. Auf jeden Fall neuer Rekord. Für mich. Ich bin schon ein bisschen stolz. Oh! Der ist hinter mir. Jetzt hat er noch wieder in den Rauchgranaten. Verdammt. Der mit SKS, mit einem Sniper. Na, ok. Ich hab's probiert. Ist so. Ach schon, die hätte ich sogar mit der Schot von hinten erwischt.